Heute für euch im Test die Strobofackel in Silber, hergestellt von Blackbox Fireworks, vertrieben durch PyroWeb, Klasse T1, die NEM beträgt 16 Gramm, die Brenndauer 40 Sekunden, hergestellt wurde der Artikel 2013, ist auch eine Neuheit 2013, 2014, gab es, ich glaube, Ende 2013 sogar schon zu kaufen. Ich komme erst jetzt dazu, den Artikel zu testen, bin sehr gespannt darauf und wünsche euch viel Spaß bei der Zündung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.